Herzlich Willkommen Einen Kanal Ja, wir sind hier wieder auf gommahd.net und zwar spielen wir heute Bad Wars auf der Map Icebreaker Oh, habe ich lange keinen Bad Wars mehr gespielt. Ja, habe ich generell lange keinen Mal im Korb mehr gespielt. Aber, das soll uns ja nicht aufhalten. Ich kenne die Map hier überhaupt nicht. Sie sieht... Hey, ist das hier ein Helikopter? Ja, tatsächlich. Landeplatz-mäßig aus. Kenn ich? Nee. Nö, ich glaube ich kenne die Map hier nicht. Aber, sie sieht ganz... Okay aus. See, aber... So... Braucht er wieder ein Samt? Nee. Sieht bisschen aus wie so ein fliegendes Schiff. Egal. So. Ich brauche Blöcke. So, hoppidopi. Als ob der Heini oben ist. Ach ne, hier ist ein Enchanter. Ach so. Hä? Hä? Wo ist denn dieser Typ? Ist der Helikopter denn? Ich... Ja, ist er. Okay. Ich hab dich gefunden. Hallo. Ich hab dich gefunden. Oh ne. Ich möchte meine Gesangs... Äh... Ja. Nicht hier ausführen. Das Problem ist, wenn die über uns sind, haben wir ein Problem. Dann haben wir einfach ein Problem. Okay. Oh, okay. Ich versuche uns einfach da über den Helikopter drauf zu platzieren. Ich weiß auch gar nicht, wo meine Teamkollegen sind. Hopp. Team Gelb for the win. Habt ihr eigentlich das Dschungelcamp geguckt? Ich natürlich als großer Dschungelcamp-Fan gucke das natürlich immer. Immer, immer, immer. Auch wenn ich diese Staffel... Ähm... Ja. Okay finden kann. Nicht wirklich gut. Nicht wirklich schlecht. Und ja. Ich geh jetzt zwar zu Team Blau und zerstör ihr Bett. Wenn ich Glück hab. Aber nur wenn ich Glück hab. Ne? Hoppidopi. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehhihi. Sorry Leute. Sorry Leute. Kommt. Ja kommt. Kommt. Da ist ein Mota. Kommt. Tötet uns. Yeah. Geil. So. Das hab ich gut gemacht. Boah. Guck mal. Ich bin Badwoss Profi. Ja, ich bin auch Profi im Bett. Das hat er jetzt nicht Lucy gesagt. Oh da. Okay. weiter geht's. So. Team Blau ist gleich raus. Mein Lieblingscharbel. Na. dunkel Lila, die Links will glaube ich uns anreisen, ne doch nicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ein bisschen blöd so, so hopp, komm, wir schnappen uns das Bett, hopp, stopp, nice, och ne, das Bett ist tatsächlich eingebaut, ich fasse es nicht, ich fasse es nicht, dass das Bett eingebaut ist, danke, hallo, nein, nein, hallo, hör mal bitte auf, hör mal auf jetzt, hör doch auf jetzt, schnell, 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 ich muss hier irgendwie reinkommen, irgendwie zum Bett, oh Gott, oh Gott, ich bin Lupa, also ich sollte Bettwas wohl öfter spielen, ne, ah, da oben ist mein Fan schon, Hi, okay, komm, töte mich, nice, danke, hast du mir einen Gefallen getan, äh, jetzt brauche ich, glaube ich, eine Spitzhacke, weil die oben drauf sind, ja, ich komme schon, Leute, kein Problem, vielleicht auch doch, vielleicht ist es gerade doch ein Problem, Team, keine Ahnung was, Okay, achso, das ist der, ne, komm, versuche ich den runter zu schützen, danke, wenn ihr den unter schützen könntet, dann wäre ich sehr, sehr glücklich, achso, oh Gott, da ist jemand, ist er tot, ja, rot ist tot, Ich hole mir mal eben hier ein paar Blöcke, dann gehe ich da nämlich mal eben hoch, so, oh Gott, So, das haben sie gut gemacht, leider, aber ich glaube, da oben ist noch einer, oder? Kann das sein? Ne, der ist, glaube ich, runter gesprungen, oder so, keine Ahnung, okay, jetzt hat man noch rot ein Bett, das ist, denke ich, auch fair, Jetzt müssen wir nur noch rot das Bett verlieren, und blau schießt da einfach dumm herum, so, ich gehe auch hoch, mal gucken, Okay, der rote, ich weiß nicht, ob ihr es nicht gesehen habt, ne, hat er nicht, er ist runter gesprungen, Wurde von Blatt, der war getötet, rot war auf der anderen Seite, ne, Okay, hier, hier komm ich hoch, Okay, ich muss erst hier hoch, oh mein Gott, Leute, ey, ich bin gerade ein bisschen nervös, Ich habe da unten, glaube ich, jemanden gesehen, oder? Weiß ich nicht, doch, habe ich, habe ich tatsächlich, hi, geh mal weg, hi, Leute, war schön mit euch, Ach man, das war es auf jeden Fall mit Bettwurst, ich fand, ich war der Beste, weil ich habe schließlich drei Betten abgebaut, ja, ach ne, nur zwei, egal, ich habe zwei Betten abgebaut, diesen Rekord kann mir rot nicht klauen, ja, ne, ihr könnt stolz auf mich sein, und der Helikopter sieht ganz cool aus, ja, Und wir sehen uns dann morgen wieder, also ich hoffe morgen, bin mir noch nicht so sicher, bei einer Runde, ähm, Flash, diesmal nicht auf Gomme, weil, Ich habe mir überlegt, hey, das mit der Gomme-Woche ist doch ein bisschen blöd, das lassen wir lieber sein, Weil sonst wüsste ich nicht, was ich hier noch spielen sollte, TTT backt mir hier, also gefällt mir hier nicht mehr so gut, Weil, Ah, ich weiß, was wir noch machen, Weil, so hat es ja eigentlich, Hier, Hype hat es ja so, Es ist ja richtig lame, dass sie das genauso gemacht haben, Vorher war das halt wirklich was Neues, Heute nicht mehr, Wir machen eine Lotterie-Ticket, Mal gucken, was ich bekomme, Oh mein Gott, Preise, 30, 33, 100, Was, Achso, Richtig, üblich, 558, Vorhin habe ich bekommen, Joa, okay, Leute, Einzelschefs, Neue Kiste kaufen, Okay, komm, Eine Kiste öffnen wir heute, Oh mein Gott, Was wird es sein, Leute, Was wird es sein, Wird es ein Pferd sein, Wird es ein goldener Blockkacker sein, Wird es eine Werkbank sein, Ja, da will ich lieber den Toaster, Ach nee, Doch, Ist das ein Toaster? Ja, Uh, Ja, Wollen wir nochmal spielen? Komm, Eine machen wir hier noch, Zum Abschluss der, Halben Gomme Woche, Die Gomme Woche, Oh, Ein bisschen schade, dass das, Ja, Ähnlichkeiten hat mit Meinberg, Mit den Kissen, Ja, Oh, 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 Du hast ein Pferd gewonnen, Du hast gewonnen, Pferd, Geil, 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 Dein Inventar, Goethe, Kommandoblock, Toaster, Leuchtfeuer, Reparieren, Äh, Muss man das auch reparieren? Was denn? Wir fahren mit dem Pferd, Geil, Ja, Hui, Ein Reittier, Geil, Ja, Okay, Das war's mit, Ähm, Der Gomme Woche, Wir sehen uns dann morgen wieder, Auf, Backpack Labs, Und bis dann, Euer Kamito, Und, Ciao, Ciao,